Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Dirk und Willkommen auf meinem Kanal, Freia Freunde. Heute gibt es Rewards. Einmal Division Rivals Rewards und einmal Food Champions Rewards. Zwei Megapack. Option 2, Digger. So, bestätigen. Und? Option 2 Bank. Option 2 Bank. Achtet nicht auf mich, ich bin einfach nur da, ich bin grad richtig. Ah, genau. Ich hab nur Scheiße gezogen. Ihr braucht meinen Video nicht abzuchecken, verlinke ich es nicht. Und? Doch, doch. Und in den Videobeschränkungschanz kann er verlinken zu seinem Video. Und vielleicht in meinem Video nicht verlinkt, weil du nur krass gezogen hast. Ich hab noch nichts gezogen, Schimmer. Du willst eh krass ziehen. Also Gold 1 haben wir leider geschafft. Hier, ziehen wir bitte direkt Mbappé. So angefüsst, egal. So, äh, ja, let's go. Wir kriegen jetzt vier Informs, also rote Karten. Und? Ah. Aber die haben die gleichen, ne? Ich nehm Barkley einfach dann. Ich nehm erstmal einfach Barkley. Wir machen das ganz schnell hier. So, und? Noch ne rote Karte. Einfach Mbappé jetzt, komm. Hey, Dicker, Alter. Das ist nix, Alter. Ja, jetzt würd ich Pablo Escobar nehmen. Ja, ich nehm Paco einfach. Ja. Also zwei. Schreib mal rein, was habt ihr denn? Habt ihr irgendwie Mbappé gekriegt? Alter, kommentiert mal, ob ihr auch die selben Picks gehabt habt. Ja. Ja. Ich hab den selben Pick gehabt, wa? Ich hab auch genaunt, ja. Also, schreib mal rein, ob ihr Mbappé auch so gekriegt, aber die Karte. Jemand fand ich meinen allen das selber, oder was? So, wir haben hier vier Packs. Ich mach mal einfach schnell auf. Hier, Jumbo-Seltze in der Spieler-Pack. Wie er fängt mit 100k-Pack an, Digga? Einfach aufmachen, Digga. Weiß, komm. Boah. In Form? Ne. Frankreich, Fekir. Oder? Nee, Fekir wär noch 3 bis K gewesen, oder? Ja, Mann. Ja, Fekir. Fekir, 5k, oder was? Keine Ahnung, Digga, schau auf einfach. Schrott, Alter. Bist du dein Video unten, bis du streamst, Digga, ist das Video noch nicht mal fertig, glaub ich. Die Guys fangen um 10 an. Doch, ja. Komm, wir fangen um 10 an. Wir fangen um 10 an. Fangen einfach um 10 an, Bruder. Bruder, ja. Nicht mal weiß, ja. Nicht mal weiß, ja. Nicht mal Design-Kick, ja. Guck mal, in Form. Ja, wow. Ist aber nicht weiß gewesen. Einfach Spanien, Bruder, ja. Spanien geht gar nicht, Digga. Nein, nein. Spanien geht gar nicht, Digga. Jesus. Spanien geht gar nicht, Digga. Jesus. Spanien geht gar nicht, Digga. Schrott einfach, einfach Schrott. Einfach mitnehmen, einfach mitnehmen. Wir müssen diese Woche 3 Siege machen, sonst wird es nichts. Ein Pack total warmes. Ja, das ist schon traurig, Digga. Ey, Sekund, du weißt ganz genau, wenn ich diesen Kontrollens in die Hand nehme und ich ziehe, ich ziehe krass. Nein, Ausland soll ziehen. Ausland soll ziehen. Komm, wir beide. Eins, zwei, drei. Fusion. Wenn das weiß wird, dann ist es Hexpack. Oh, weiß! Unser weiß, komm, stell auf! Bitte, bitte. Komm schon, bitte. Bitte, bitte. Spanien. Ey, schlechteste Workout, was man ziehen kann. Was kostet der denn? Den will nicht mal jemand kaufen. Der kommt die Leute nur wegen FBC. Sonst wird der nichts kosten. Boah, Digga. Ey, lächerlich, Bruder. Schon wieder Spanien, Alter. Sch-Schmanien? So, Jungs, das war's mit dem Video. Checkt mal Can's Video ab und den Videoschreiben verlinkt. Oster Twitch. Wir sehen uns. Das war einfach scheiße, Alter. Morgen 17 Uhr. Peace. Nächste Woche neues Glück. Tschüss. Bitte. Tschüss. Menschenạnge racism ist eines Apps stets. Hamm Stufff bugün. Ich crew skulle was mit ihm zu sprechen. Wir sehen uns. fils操 Das war Momente mit diesem System. Spannende, 피�schaps. Vielen Dank.